DERF' ich einen Blick, weil ich muss mich ja immer so umdrehen. Nochmal in den rechten Gang und überlege hart. Nochmal in den Gang rein zurückgehen. Das ist keine schlechte Idee, vielleicht sind die rechts im Gang und haben sich versteckt und greifen uns gleich schon hinten an. Das ist voll gut, wir müssen in den rechten Gang. Gibst du mir aber die Fackeln und ich guck nochmal, ob das schon drin ist. Wir haben ja zwei, der kann dir seine geben. Ihr gebt mir jetzt beide Fackeln, damit ich ultimatives Licht habe. Halte das auf den Boden und überprüfe nach Spuren. Okay, dann habe ich dir beim ersten Mal auch schon abgenommen. Was siehst du denn? Ich hätte ja auch recht. Ich sehe keine Spuren. Guck doch nochmal, ob in die andere Richtung Spuren sind. Es lohnt sich nicht. Guck doch nochmal nach links. Ob da Spuren sind, Kollege. Da sind doch nur drei Kinder. Einen sind mal rausgekommen und den anderen mal reingeguckt. Ja, Richtung Ausgang. Einmal in die Richtung. Das ist schon ein logischer Gang. Ja, aber guck doch mal auch nach Spuren bitte, Kollege. Ich möchte jetzt nach links gucken, ob ich da Spuren finde. Mit den Fackeln, die ich mit dir abnehme. Moment, du nimmst mir die Fackeln ab. Ihr habt doch sowas schon beide. Ich habe beide. Wieso hast du denn beide Fackeln? Weil ich gerade gesagt habe, ihr gebt mir beide Fackeln, damit ich ultimatives Licht herbe. Achso, das muss ich nicht bestätigen. Nein, ich habe mir die einfach genommen. Und jetzt habe ich die. Dann nehme ich die Augen wieder ab. Weil ich das verschlampt habe mitzukriegen. Dann nehme ich ihm jetzt beide ab. Und will das jetzt nach den Scheiß Spuren gucken. Mir fällt auf, dass da Fußboden ist. Ganz spontan. Ey Leute. Da ist ein Boden. So. Ihr wundert euch über die Blödheit, die man so dumm sein kann. Und ich erkenne gehabt, wenn man lang gelaufen ist. Weil ihr seid doch schon zehnmal durchgelaufen. Und der hat sich die Hose gekackt. Darf ich nochmal? Ich wäre schon fünfmal am letzten Fall gestorben. Weißt du, der versucht zu klettern, ja? Du machst nur Scheiße, ja? Weißt du, du gehst jetzt immer hinten. Du gibst mir die Fackel erstmal wieder. Gib mir die Fackel wieder. Sag ich die Fackel wieder. Am Arsch. Weißt du. Du gibst jetzt hier hinten. Du hättest deine Schnapp, ne? Eines ist meine. Und wir gehen jetzt nach oben. Eine wird mir. Hallo? Hört ihr mich? Ist alles okay bei euch? Scheiße, wie kriege ich das auch? Ich habe es ja schon versucht. Achtung. Ich war auch schon. Ich war auch schon. Ich war auch schon ein paar Tage. Ich da. Ich habe auch schon. Ich war auch schon. Ich war einfach nicht. Aber ich war schon.